Ich habe 33 Euro für diesen Binder-Kollektion bezahlt und ob es sich gelohnt hat, das sehen wir jetzt. Wir haben hier unseren Binder und vier Booster Packs vom 151. So, Elektrik, Smogrel, Giovanni's Charisma, Rieserhaus, Hertha-Bahn, Tentatra, Quapsel und oh, Gengar, Holo. In Booster Pack Nummer 2, schauen wir mal, was der da schönste Name ist. So, gehen wir nach vorne, wir haben Kampf, Energy, Tentatra, Radfratz, Shigi, oh, Flur, Hertha-Bahn, Yuriyo, Pokowai, Siebe, Radfratz und ein Ditto. Oh, guckt euch mal diese ganzen Dittos hier an, überall. So, Booster Pack Nummer 3, wir haben hier, Ufukau, Kleinstein, Kumuluf, Stendu, Amoritas, Hors, Hervor, B-Ball. Oh, Pantimus, oh, und ein Visoflo-EX, oh, das war schon mal super. So, jetzt ist es, wir alle hier, ein Pi, Polygon, Machado, Elektrik, Hors, Jonskal, Rieserhaus, Slymog, Lamus, oh, 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 wir haben Glurak-EX, wir haben Glurak-EX. Und was sagst du, hat es sich gelohnt? Like und abonniere für mehr.